hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren testen video von mir in diesem video zeige ich euch wo berlinix ist der gefressige dafür müssen wir auf den mund und zwar hierhin patrouille mission und los geht's ich schneide das kurz dann geht es ein bisschen schneller so auf dem mund geht es hier durch machen doppelte geschwindigkeit damit alle wissen wo es hingeht ich nehme die seite hier ich finde die geht schneller und hier wären wir schon der höllenschlund an der stelle müssen wir warten bis die landung schiffe von den gefallenen kommen so jetzt sieht man ein wolfsrudel auf beute zug da kommen sie die muss man dann töten wenn man dann alle landungsschiffe geklirrt hat kommt das letzte landungsschiff das wäre das hier ja und das hier wäre der herr den muss man töten wenn der dann tot ist aber eins geschafft so mission beendet suchen wir noch die truhe für den etta schlüssel tja ich habe die truhe jetzt leider nicht gefunden aber hier in der infokarte noch ein farm guide wie man die truhe fangt vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten video